Hallo, herzlich willkommen zu einem Part von Mario Party 4 Teil des Gestern, wir machen einfach ganz gepflegt weiter Wir sind ja, letztes Mal haben wir die Zitterwelt beendet von Goomba Und dann sind wir hier in Shikai's Dschungelwelt Wir sind in Runde 3 von 15 und ich hoffe, dass ich es dieses Mal schaffe Ich meine, ich kenne die Spiele schon ein bisschen Das Spiel schützt immer mal wieder ab, also ich kann nicht versprechen, dass es klappt Das Spiel schützt immer mal ab Ich weiß nicht warum oder weshalb, keine Ahnung Und... Naja Warte, ich werde den Maxipilz einsetzen Wenn ich die beiden nehme, ich erwische Weil ich schüttel sie, brinze nämlich 10 Münzen Das muss ich machen, damit sie sich keinen Stern kaufen können Ja Ich habe sie nämlich 19 Ja, okay Eine 10 Oh, ich darf ja zweimal, und? Eine 6 Okay Jedenfalls komme ich zum Stern Minus 10 Minus 10 Bam Jetzt gehen wir rüber Bam Minus 10 Komme ich dazu Scheiße, ich komme Oh, scheiße Nein, ich komme Ach, kacke Jetzt bekomme ich Entstehen ihr wohl Entstehen ihr wohl Geile Sache Aber Ich habe... Oh, ich habe mir kein Stern kaufen können Scheiße, Leute Kacke Naja Geht hier Mini-Gang-Zukupressen Hatten wir schon Was ist das? Sag mal sie mit gar nichts Ich sehe, weiß ich's Ach ja, wir müssen immer gucken, dass wir nicht drückt werden von dem Buch Und Leute Ich habe mich jetzt entschieden, und zwar Im Betreff auf Zelda Betreff auf Zelda Und schon was macht, ich werde immer schon was nicht spielen Ich werde Ich werde aber ein anderes Spiel spielen, und zwar habe ich mir auf Ebay Gerade heute Grid 2 ersteigert Und wir werden dann miteinander Grid 2 zocken Ich habe mir das bei Hardy Ich habe das bei Bei Pilspeed angesehen Das Grid 2 LP Wir haben ganz ganz viele Parts gemacht Scheiße Boah Boah Naja nicht schnell Der hat ganz viele mit 2 Parts gemacht, und ähm Ich habe Grid 2 einfach Ich habe das viel angeguckt, die haben jeden Fall angeguckt Und Grid 2 fand ich ein geiles Spiel Und Ich wollte es auch nicht kaufen, weil es kostet mich Das würde mich nämlich Ähm Das wird 60 Euro kostet Der normalen Handel Mein ebay habe ich jetzt habe ich jetzt bekommen Für 23,50 Also er steigert, ja Und das müsste jetzt entweder heute ist Freitag Und das müsste jetzt entweder heute ist Freitag Also das wird heute weggeschickt Das wird entweder Das müsste wenn ich Glück habe kommt es morgen Aber ich schätze man eher das heißt das ist erst Samstag Das ist Montag oder Dienstag kommt ja Sobald es da ist werde ich anfangen Wir haben dann parallel Grid 2 spielen Und auch dazu und meine Partie 4 Dieser Spiele werden die nächsten Werde ich spielen Achso die kann man nur bis zu wenn man klein ist Und damit kommt man an die Münzen die da stehen auf diesen Totenfall Okay Denke ich mal Natürlich Das ist aus den Münzen Okay gut so wisst ihr Das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Ich habe es nie Ich habe es nicht Es ist nicht Guck Ich habe es nicht Ich habe es nicht Oder bitte dort dort schleim sei es schneiden wenn ich natürlich hätte ich versagen schüttel vor dem schleif und zu gehen musst du als erstes im reich mit der reichen zum flüchtigstellen drücken wer sich mit dem stand wirst du den stein gezogen also geht nicht auf aber manche abdrücken und 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 ich habe gewonnen das war einfach nicht also kann ich ja also merken müssen wir uns wenn ich groß bin kann ich keine sterne kaufen jetzt kauft sich mal lütschi ein hat nicht sollen sein das der anderen zu machen ja es ist nichts verloren er wurde die römer hätte ich ja der nächste also der stelle ist hier geht euer und text was ist auch eine Lotterie Achso, es gibt das nicht in jedem in jedem Land also Casino war ja ok, ja aber es gibt es hier im Nebenland also bei Weiß bekommt man nix bei Blau bekommt man ein Detail bei Gelb glaub ich also wirklich cool bekommt man stand ja links oben, was man bekommt Battle Game, jetzt haben wir das Kampfspiel und jetzt ist das Wasser drauf der Massen das reicht nicht ganz weit 15,000 also dass die Kinder gehen BOMBI ist das vielleicht Bob und Körn mit diesem Kopf also ist es BOMBI BOMBI leute und Oh, das ist ja so. Oh. 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 Leute, ja? Nehmen seine Farbe. Oh, oh, da ist sie, da ist sie. Da sind 50-50 Shards. Okay. Das war nice. Jawoll! Wunderbar! Oh, das geht lang, Leute! Leute! Das wird jetzt, glaube ich, rausfliegen. Ja. Ja. So, der zweite bin ich schon mal. Ich nehme ihn ins Lila. Wunderbar? Ich hoffe, dass nicht Zahnhindern das Gleiche ist, ne? Wunderbar! So, jetzt komm mal, Regie. Mach bitte falsch! Komm, mach falsch! Wunderbar! Shit, die Kacki! Wir grün! Wunderbar! Wunderbar! Na, grünen wäre es nämlich gegen mich ist und dann kannst du zu klein. Oh, oh, es geht ja. Woaaat! Also letztens nurmal, es wäre ein Lila gewesen. Wenn du es Lila... Scheiße, na ja, ich bin zumindest Zweiter. Ja, ist die Glückssache Leute. Ist die Glückssache, alles Glückssache. Äh, Münzen. Naja, okay. Okay, okay. Hat halt nicht so geklappt. Die Leute, wir hätten sie müssen verlieren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dran. 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 Okay? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Jetzt einer! In Address Geek hat einView. Mensch, ich mach zu! Doch, das ist doch voll schwierig. Ja, komm! Ich habe die doch... Ja, die Zeit! Ich weiß, Leute! Ja, die Zeit! Ja, Luigi, der Win! Ja, 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 der Win! Abonnieren! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ja, der Win! Ja, der Win! Ja, der Win! Jimmy! Einser! Ja, der Win! Wop, Wop! Wop, Wop! 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 Wop, Wop! a oder wenn es dauern würde diese scheiße schon startet chino okay damit zunächst mal Wie gesagt, das Video kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.